Hallo, wir sind zwei Tage hier im Basai Village und sind gestern angekommen und es ist ganz hervorragend. Lehm, was gefällt dir am besten? Ja, also die Natur ist total schön, es ist total ruhig und überall wo man hinschaut ist nur eine schöne Natur. Das und das Essen ist hervorragend, es ist alles Haus gekocht, es gab Wein, was wir natürlich sehr mögen und wir kommen gerade wieder von einer Wanderung durch einen total tollen Fluss und wenn jemand Steine mag, ist hier auch auf jeden Fall richtig, weil es gibt sehr viele Steine, die man sammeln kann. Ja und die Familie ist auch total lieb und hilfsbereit und gibt uns alles, was wir brauchen. Guckt euch auf jeden Fall die Fotos an, weil drinnen ist auch alles einfach super schön eingerichtet.